Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 2. Dezember 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1127 und entschuldigt die Ausfälle der beiden letzten Episoden. Diese Woche ist einfach heftig. Genau, und ich hoffe, es ist nicht die letzte dieser Woche. Heute habe ich die folgenden Themen. Giphy, Ikea, Swisscom, Red, Cybertruck-Pfeife und was haben wir noch? HDM. Genau, zuallererst Giphy. Der Dienst, den ich eigentlich dachte, sei schon vor gefühlt zwei Jahren von Facebook übernommen, ist jetzt doch schon, keine Ahnung, ob er jetzt übernommen ist oder nicht. Auf jeden Fall in den UK, also in England, hat sich die Wettbewerbsbehörde eingeschaltet und meinte, es sei nicht ganz sauber, dass das Facebook hat und eben in seinen Diensten nutzt, aber auch nach wie vor in anderen Diensten genutzt wird, wie bei TikTok, bei Snapchat etc. Weil so Facebook einen unvorteilhaften Einblick in andere Geschichten bekommt, in andere Dienste bekommt und da Nutzerdaten hat, die sie eben andersweitig nutzen können. Eine schöne Neuigkeit gibt es aus dem Hause Symphonisk, oder besser gesagt aus dem Hause Ikea, denn da kann man die Symphonisk Rahmen-Wi-Fi-Speaker genau mit dem ausstatten, was ich schon bei meinem Test damals gesagt hatte. Ich würde das Teil gerne mit meinen eigenen Bildern bedrucken können. Genau das ist jetzt möglich. Dankeschön, liebes Ikea. Ist es direkt von Ikea machbar oder von einem anderen Dienst? Ich glaube es ja, nee, doch. Es ist von einem anderen Dienst machbar. Genau, Unix, Unisk macht das für euch, wenn ihr es denn haben möchtet, sehe ich da gerade. Genau, dann noch gibt es Neuigkeiten von Swisscom, respektive von der deutschen Zeitschrift Connect. Die testet ja jedes Jahr die ganzen Provider, zumindest in Deutschland, Österreich und ich glaube noch in einigen anderen Ländern. Und da gibt es immer Rankings, zum einen nationale, aber auch zum anderen weltweite oder eben regionale hier in Europa. Zum einen in der Schweiz ist wie im letzten Jahr das gleiche Bild. An erster Stelle mit überradend, also das Prädikat überragend, die Swisscom. An zweiter Stelle Sunrise UPC, also das Sunrise UPC, die haben sich ja zusammengekauft. Und an dritter Stelle Salt. Die beiden ersten sind sehr nah beieinander, fast bei 1000 Punkten und das dritte ist bei 930 Punkten. Auch das hat noch eine Note sehr gut bekommen. Die beiden ersten, die haben beide ein, wie sagt man dem, Nase-an-Nase-Rennen, einfach ein sehr knappes Rennen, für sich dann schlussendlich entscheiden können. Wenn man das Ganze sich anschaut, Kopf an Kopf heisst das Wort von vorher oder die Wortwörter, wenn man es in der internationalen Vergleich anschaut. Auf der ersten Stelle ist die Swisscom, auf der zweiten Stelle Sunrise UPC und auch Salt ist da im internationalen Vergleich ganz vorne mit dabei. Würde man die drei Schweizer Provider in Deutschland anwenden, würde sogar die Salt auf den Platz zwei kommen bei euch drüben in Deutschland. Und das sagt ja ziemlich viel darüber aus. Der Welt-Aids-Tag war gestern, respektive vorgestern. Und da gibt es schon wie seit jedem Jahr bei Apple, dass sie ihre Apple-Stores mit einem roten, leuchtenden Apfel am Eingang bedienen, so eben um ein Zeichen zu setzen. Und das ist ja nicht das Einzige. Seit vielen, vielen, vielen Jahren hat ja Apple Product Red. Das sind einzelne Gadgets, die sie in ihrem Shop haben, die sie eben unter der roten Farbe verkaufen mit dem Label Product Red. Das sind iPhones, das waren früher iPods und da gibt es noch andere Geschichten, die da mit reinfliessen. Und über die ganze Zeit, die sie das tun, nämlich seit 2006, hat Apple für die weltweite AIDS-Forschung oder AIDS-Stiftung, was ist das? Einfach für die AIDS-Geschichte, 270 Millionen US-Dollar zusammen sammeln können. Was natürlich ein schön grosser Batzen Geld ist, um das Ganze voranzutreiben. Dann gab es von Elon Musk einen kleinen Seitenhieb in Richtung Apple. Er meinte, warum soll man sich ein 25, also circa 25 Währungseinheiten-Tuch kaufen, also ein teures Zubehörprodukt, wie Elon Musk sagt, wenn man sich eine teure Pfeife von Twitter, genau, von Tesla kaufen kann. Denn die Pfeife, die man aus ihrem Hause kaufen kann in Form eines Cybertrucks, die ist auch nicht günstig, kostet nämlich 52 Euro. Somit ein spezieller Seitenhieb. Auch ein Seitenhieb? Ne, ein riesen Faust, ein Fusstreiter, ein Knie oder eben ein Fuss in das Allerwerteste gibt es in Richtung Nokia. Die haben es nämlich geschafft, ihr Flaggschiff-Smartphone, das Nokia 9 PureView, nicht mit dem neuesten Android zu verbinden. Das heisst, Android 11 wird nicht darauf laufen, geschweige denn natürlich Android 12 und folgende. Denn man hat Probleme, die Kamerasoftware zu optimieren für dieses Produkt und somit gibt es halt einfach kein Update. Ziemlich pfeu für eine Firma, die sich, also ja, ist ja nicht Nokia, sondern HMD Global, die hinten dran sind, die einfach den Namen Nokia gekauft haben, die sich rühmen damit, für einige Jahre Updates unter Android zu liefern. Tun sie nicht, weil eben, pfeu, genau. Kann man machen, sollte man nicht. Was sie als Gutmachung geben, ist ein 50%-Gutschein auf das nächste Flaggschiff, was wahrscheinlich dann im nächsten Jahr kein Update mehr bekommt. Also, ja, wäre ich Kunde von Nokia, mich hättet ihr verloren. Habt ihr sowieso. Aber ihr hättet mich jetzt verloren. In diesem Sinne. Das war's mit der heutigen Daily. Ich hoffe bis bald, euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag und wir hören uns wieder. Bis dann, liebe Hörerinnen. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.